Unseren Blumenstrauß der Woche bekommt heute der Herr Klaus Kohl. Er ist seit über einem halben Jahrhundert ehrenamtliches Mitglied vom DRK-Ortsverein Treuen, feiert heute im Schreiner seinen 70. Geburtstag und die Kameradinnen und Kameraden des DRK-Ortsvereins Treuen wollen dieses zum Anlass nehmen, sich bei ihm recht herzlich für die geleistete Arbeit zu bedanken und ihm den Blumenstrauß der Woche zukommen zu lassen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir die Party sprengen können. Einen wunderschönen guten Abend. Wir kommen vom Vogtland Regionalfernsehen und bei uns gibt es eine Sendung, die nennt sich der Blumenstrauß der Woche. Diesen Blumenstrauß bekommen Menschen, die ihn auch wirklich verdient haben. Wir haben einen Brief bekommen von dem DRK-Ortsverein Treuen. Dass der Herr Klaus Kohl heute 70 Jahre alt wird und für seine ehrenamtliche Arbeit einen Blumenstrauß der Woche verdient hat. Kommen Sie zu mir, Herr Kohl. Das ist er! Ich möchte Ihnen gerne den Blumenstrauß von Ihren Kameradinnen und Kameraden übergeben und es gibt noch einen Brief, den ich gerne noch vorlesen möchte. Zum 70. Geburtstag von Klaus Kohl. Klaus Kohl ist seit 1957 Mitglied im Deutschen Roten Kreuz. Einige Jahre war er hauptamtlich im DRK-Kreisvorstand Auerbach tätig. Über ein halbes Jahrhundert ist Klaus Kohl ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen des DRK-Ortsvereins Treuen als aktives Mitglied tätig. Als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Treuen leitete er viele Jahre die Geschicke. Unter seiner Leitung war der Verein immer ein verlässlicher Partner für die Stadt Treuen. Wenn Sanitäter bei Festen, Sportveranstaltungen und anderen Höhepunkten im kulturellen Leben der Stadt notwendig waren, wurden sie unter seiner Leitung abgesichert. Der Name Klaus Kohl ist in seiner Heimatstadt fast mit dem Deutschen Roten Kreuz verwurzelt. Aus diesen vielen Gründen erhielt er auch den Bürgerpreis der Stadt Treuen. Wir, die Kameraden und Kameradinnen unseres Ortsvereins, möchten hiermit unserem Klaus ganz herzlich zu seinem 70. Geburtstag gratulieren und ihm alles erdenklich Gute wünschen. Ich möchte mich spüren. Bitteschön.